Die Gipsplastik des Kriegsgottes Maas hat der damals 29-jährige Johann Gottfried Schado zwischen 1792 und 1793 geschaffen. Das kleine Modell diente ihm zur Übertragung in eine überlebensgroße Sandsteinausführung am Brandenburger Tor, die sich an der linken Außenwand dort befindet. Schado verstand diese Plastik als eigenständiges Kunstwerk. Er hat mehrere Abgüste davon als Bewerbungsstücke an europäische Kunstakademien versendet. Damit der Maas in einer Sonderausstellung des Musée du Louvre in Paris 2010 präsentiert werden konnte, habe ich ihn zuvor zwei Jahre lang restauriert, alte Übermalungen entfernt und frühere Ergänzungen überarbeitet. Nun freue ich mich, dass dieses besondere Frühwerk Schados des Vaters der Berliner Bildhauerschule in der Friedrichswerderischen Kirche dauerhaft ausgestellt wird und das Publikum genau so wie mich begeistern kann.